Denn bei Hofe, ihr müsst wissen, ist sehr launlich das Geschick. Heute oben, morgen unten, stündlich wechselt hier das Glück. Heute früh, nicht morgen, Trieste, heute noch ein Feldmarschall. Morgen schon ein Pensioniste, rutscht er aus, dann kommt der Fall. Viele hüpfen, viele schlüpfen, sehr gewandt, das ist Talent. Andere Tänzen und Schwinzen führen so das Regimenüft. Manche Lispen, andere Wispen, spregt sich zu bewähren auch. Manche hutschen sich und rutschen, bald zu rossen, Beut am Bauch. So ergreift man sacht die Zügel, wenn's gelingt, dann ist nicht schwer. Andere Purzen aus den Hügel, ja, das nennt man Karriere. So ergreift man sacht die Zügel, wenn's gelingt, dann ist nicht schwer. Andere Purzen aus den Hügel, ja, das nennt man Karriere. So fragt doch bitte einmal an, wann man den Kaiser sprechen kann. Was schon diese Zeit, was fällt euch ein, da dürft er im Kaffeehaus sein. Aber, 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 das ist ein Scherz, nur wie ich seh'n, der trinkt daheim durch den Kaffee. Dann einer, er! Fragt auch nur nach, ob er jetzt schmaust und wann er endlich hat geschaust. Indessen gehen wir schnell nach Haus. Oh nein, ich lass euch nicht hinaus. Friend. Heute, bitte lass es mich hin. Es ist ein Wäupel. Hört mich wieder, hört mich schon. Bin ich einmal hergekommen, dann probier ich's, sag mal, Mensch. Geh mal zau. Bin ich einmal, die vor jedem Grenadier davon gleich rennt. Vor Gendarmen, noch so großen, niemals ich erschrocken lauf. Grenadier, Brie, und Gendarmen fressen unser Eis nicht auf. Grenadiere, Kürassiere, und Gardisten, Mann ist Mann. Wenn ich lache, euren Klappe, der nicht widerstehen kann. Wenn ich heuchle, wenn ich schmeichle, drücken alle sich galant. Für den Pussel und das Pussel frissen's alle aus der Hand. Ja, so ergreift man, sagt die Zügel, eine Frau fährt das nicht schwer. Männer purzen aus den Bügeln, ja, die Frau macht Karriere. So ergreift man, sagt die Zügel, eine Frau fährt das nicht schwer. Männer purzen aus den Bügeln, ja, die Frau macht Karriere.